Es wird milder in der neuen Woche. Zwar noch nicht wirklich warm, aber immerhin zu Wochenbeginn werden wir doch ein paar Tage mit, ja zumindest angenehmen Temperaturen bekommen. Danach sieht es aber schon wieder möglicherweise nach einem Kälterückschlag aus und auch nachts wird Frost dann wieder ein Thema sein. Daher so der richtige Wärmedurchbruch, den bekommen wir noch nicht. Und ja, damit herzlich willkommen hier bei wetter.net. Passend dazu ein Frühlingsbild von Mike Schwarz in unserer Facebook-Community-Gruppe, der ihr auch gerne beitreten könnt. Dann können wir auch gerne eure Fotos hier in unseren Präsentationen, in unseren Videos verwenden. Ja, vielen Dank dafür, passend zu dieser Jahreszeit. Aber das Wetter, das ist noch nicht so ganz der Jahreszeit entsprechend. Wir schauen uns mal die Großwetterlagenkarte dazu an. Anfangs hatten wir noch viele nördliche Windpfeile gehabt, jetzt dreht das Ganze immer mehr auf. Auf östliche Richtung. Zwar bekommen wir immer noch kalte Luft, die zumindest polaren Ursprungs entspricht, aber die wird jetzt mittlerweile langsam aufgewärmt hier über der Landmasse. Die Aprilsonne ist doch recht stark und somit steigen auch die Temperaturen immer mehr an. Besonders im Norden, da haben wir mildere Temperaturen und auch viel Sonnenschein, denn hier sind wir deutlich näher an diesem kräftigen Hochdruckgebiet mit dem Zentrum über Südskandinavien. Wir schauen uns dazu den Wolkenfilm an. Im Norden heute anfangs noch sehr klar, danach ziehen auch immer mehr Wolken vorüber. Im Süden bleibt es eher bedeckt oder dicht bewölkt, zum Teil ist es hier auch noch nass. Nachts sieht es ähnlich aus und am Montag, da haben wir im Norden einen verbreitet freundlichen Tag oder nur dünne Schleierwolken, die die Sonne nur selten verdecken. Im Süden mehr Wolken und im Tagesverlauf entstehen hier auch immer wieder Regenschauer. Es gibt dazwischen aber auch kurze sonnige Phasen, aber so wirklich frühlingshaft ist der Eindruck dort noch nicht. Das sehen wir auch bei den Temperaturen. Heute schon wieder ein Temperaturkontrast, wie in den letzten Tagen zum Teil schon auch. Im Norden wärmer als im Süden, dort teils nur um die 10 Grad. Am Montag wird es dann auch im Süden etwas wärmer nach einem frostigen Morgen. Immerhin schon knapp an die 15 Grad, am Rhein zumindest und auch im Norden nochmal etwas milder. Und dann ab Dienstag, da wird es dann bundesweit wärmer, aber im Süden auch weiterhin immer wieder Wolken am Himmel. Diese wechseln sich dann aber auch mit der Sonne ab. Wir blicken mal auf den Temperaturtrend der Luftmasse in 1,5 Kilometern Höhe. Wieso eigentlich in dieser Höhe und nicht bodennah? Einfach deshalb, weil dort kann man sich ganz gut die Temperatur anschauen, die die Luftmasse hat im Vergleich zu anderen Luftmassen und ist hier sehr unbeeindruckt von Sonnenschein oder Gebirgen und so leichten Effekten, die dann bodennah auftreten können. Hier haben wir die reine Temperatur, die sich im Vergleich von Nacht und Tag auch wenig ändert. Wir sehen hier diese rote Linie, das ist der Durchschnitt, der zu erwarten ist zu dieser Jahreszeit. Und wir kommen hier aus unterdurchschnittlichem Niveau hervor, hier aus dem Keller sozusagen. Und dann gibt es zumindest hier Anfang der nächsten Woche, wo es ja dann etwas milder wird, durchschnittliche Temperaturen. Da sind wir hier recht nah an dieser roten Linie heran. Doch ab Donnerstag sieht es schon wieder nach einem Kältedurchbruch aus, ehe es am Wochenende sogar wieder nach oben gehen kann. Aber wir sehen es auch hier an dieser großen Streuung, die Modelle sind sich noch sehr unsicher, wie es weitergeht. Wir sehen aber auch ein richtiger Wärmeberg, wo es auch mal überdurchschnittliche Temperaturen geben soll. Das ist noch nicht in sich, zumindest nicht sicher. Und somit sind noch keine richtig warmen Temperaturen zu erwarten in der nächsten Zeit. Aber ganz so kalt wie in der letzten Zeit ist es nicht mehr. Trotzdem Bodenfrost, vor allem nachts, das ist weiterhin zu erwarten. Denn trotz kalten Temperaturen, die Sonne wird sich immer wieder zeigen. Und wenn sich die Sonne tagsüber zeigen kann, ist es nachts auch oft klar und dann kühlt es auch stark ab, besonders mit diesen kalten Temperaturen. Damit wünsche ich euch einen angenehmen Start in die neue Woche und ich freue mich schon auf das nächste Mal.